Musik Ich bin Barbara Lochbiller, grüne Abgeordnete aus Deutschland. Ich bin auch die Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrechte. Und das sagt schon, was mein Hauptanliegen ist. Ich verstehe mich als Menschenrechtspolitikerin. Und versuche hier im Europäischen Parlament möglichst prinzipienfeste Politik zu machen der EU. Und ein Punkt ist da auch, wie gehen wir mit Exporten von Spyware um. Und da musste ich sagen, sind wir nicht weit gekommen. Wir können das nicht vorher kontrollieren. Und das wird uns auch in der nächsten Legislatur begleiten. Was wir aber gemacht haben, und da bitte ich Sie mitzumachen, Wir haben eine Kampagne hier gestartet von den europäischen Grünen, No Spyware to Dictators, wo sie unterschreiben können und Öffentlichkeit herstellen können und Druck, dass so etwas nicht mehr exportiert wird. Als Menschenrechtspolitikerin weiß ich, dass viele Aktivisten darunter leiden, weil der Geheimdienst oder repressive, autoritäre Regierungen das immer wieder einsetzen, um zu kontrollieren und den Widerstand zu brechen. Also am 25. Mai ist Europawahl. Und ich bitte euch und Sie alle zur Wahl zu gehen. Denn nur durch starke Wahlbeteiligung können wir den jetzt schon uns drohenden Rechtsruck des Parlaments verhindern. Also für die Wählen, die für Freiheit und Selbstbestimmung sind und auf keinen Fall die Nationalisten und die Rechtspopulisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017